Also Otto Pilker ist am leichtesten zu lesen. Es war ein evangelischer Pfarrer, der im Raum, Seeboden, also im Oberkentnerbereich, Pfarrer war und der wirklich einen Reim gehabt hat, der so richtig lafft. So ein Klang, ein bisschen ein Geschmacherle. Das Runde vom Heim, den Hetschepetsch namen, runkert und schwach, Laftiertz ist sorgschneller, jirgelt noch. Der Hetschepetsch Baba ist unter der Ehren, die Hetschepetsch Mutter tut längst nichts mehr hören, Bei den Hetschepetsch oben, bald hättest du vergesen, Sons jungen seid wohl bei der Linie lang gewesen. Die Hetschepetschnane, die Miene, die Stiene, die Hetschepetschline, die Diene und die Fiene. Also der hat seinen runden Reim. Oder anderes Beispiel. Heim triefe die Borsche vom oberen Grund. Ja, wie geht's denn, Borsche? Selbst wohl irgendwann gesund. Ach, weil mein's Litzer, weil mein's Beser. Weil mein schneid's mein Bauch wie ein Beser. Und weil mein's wieder is, go aus. Horn, so wie gestern, fest, keig unterm Haus. Weil mein's wieder, vergöl's gut fürs Froben. Is wegen den rheumatischen Glanzer verzogen. Weil mein's schlaufe und weil mein's nicht. Weil mein's hab ich kein Appetit. Weil wenn ich unten bei den Kreiterweilern bin, Weil wenn unten beim Kreiterweilern bin gewesen, Kann ich am Spick wieder weinen, weil's essen. Und so hätt's ich geplepert, so wohl noch eine Stunde. Fird gut, sag ich, Borschen. Fird gut, du bleibst gesund. Also, der hat das, der hat das an Rundenreihen. So ist einen Insel gonna begin. Für ein B would ich nicht. Weil-